Okay, hier ist der Videobutton. So I go around and make a... Ich mache jetzt einen Rundschwenk. Einen Rundschwenk. Viel höher geht's nicht mehr. Da unten ist jetzt der Tempel, der Holztempel. So, und ich... Viel höher geht's nicht mehr. Wir haben ein ganz bezogenes Himmel. Einen ganz bezogenen Himmel, weil wir Auswirkungen von diesem Südsturm hatten. Nur ein bisschen Regen bei uns, aber es sieht halt schlecht aus. Gut, jetzt gehe ich rein vom Balkon in die Wohnung. Basic, aber immerhin ausgestattet. Jetzt gehe ich hier rum ins Schlafzimmer. Und das wäre dann so der Blick aus dem Schlafzimmer. Viel besser geht's nicht. Wir sind schön an der Seite mit großem, großem Blick. Hier ist jetzt die Dusche. Wobei hier der Kleiderschrank ist. So. Und dann ist hier das zweigeteilte Bad, und zwar der Sink und die Toilette, die dann mit einer Schiebetür abgetrennt werden können. So, dass die Toilette auch als Gästetoilette benutzt werden kann und man trotzdem hier zum Beispiel duschen kann, wenn jemand da vorne ist. So, es gibt die Waschmaschine, die Kochplatte zu zweit und den Kühlschrank. Und hier ist der Kollege von Prestige Sportpartys. Okay.